Hi Leute, jetzt machen wir wieder ein neues Video von JuckeZau. Das ist... Scheiße. So, das ist der... Das kommt weiter. Ja, das ist der neue Musikpult hier. Oh, das ist die Nebelmaschine. Kennt ihr ja schon. Hier der ganze Pult. Ist neu. Da sitzt jetzt immer unser Mechanik-Händer. Man bedient alles. Da steht auch der Laptop. Und hier natürlich... Himmelarsch. Wieso geht das denn so schwer hier? Die ganze Bühne. Und hier wird halt alles mit Hilfe von diesem Herrn und von Jerome vielleicht. Oder von anderen. Betrieben. Genau, wir haben natürlich auch andere Beleuchtung hier unten. Hast du? Ja, die Beleuchtung. Genau, da unten geht einmal was her. Und hier oben. Natürlich auch hier. Das wird alles da gesteuert. Da oben an diese Balken. Mach nochmal Licht kurz an. Also diese Scheinwerfer. Oben an den Balken werden noch zwei größere Scheinwerfer dran gemacht. Genau. Genau, hier ist der Pult. Klar, vielleicht kommt ihr auch irgendwann dahinter. Ich weiß nicht, ob der es euch ermöglicht. Aber ich denke schon. Hier ist dann der ganze Pult hier. Danke. Das war aber nicht deine. Hier hängen Schlüssel. Spachteln. Hier hängen nochmal die Fernbedienung. Ja. Da ist die Maus. Also klar, für den Laptop und die ganze Steueranlage. Hier oben. Moment. Genau, da ist die ganze Steueranlage. Können wir noch nicht ein- und ausschalten. Während hier die Kaffeemaschine brummt. Die nehme ich auch für die Kaffeemaschine. Also hört sich so an. Ey. Ja, ein bisschen auf dem Boden liegen tut auch gut hin. Wir haben einen Teppich. Ohne wir uns schön draufsetzen können. Ohne uns den Arsch zu verkratzen. Das ist die beste Sicht auf dem Fenster. Nicht. Aber... Ganz wichtig, die glorreichen vier. Wie viele wissen, da stand die Bühne. Die einigen fragen sich jetzt, wo ist denn die Bühne? Da ist die Bühne. Jetzt hier angebracht. Hier natürlich alles, was man braucht. Da ist die Flüssigkeit für die Nebelmaschine. Mülleimer natürlich. Alles in der Bühne integriert. Da kommt dann bald noch Seifenblasenflüssigkeit und sowas dazu. Denn da werden wir uns noch ein paar mehr Sachen holen. Hier der Strahler. Mittels Fußpedal. Da ist die Sicht, wenn er hier sitzt, also der Typ hier. Das ist die Sicht. Der hat hier die ganzen Kram. Fällt hier. Der kann hier sein Kram hinlegen, denn er hat da noch ordentlich Platz. Da hat Getränke. Ist auch ganz wichtig. Normal steht hier noch ein bisschen Süßkram. Um nochmal zwischendurch so zu snacken. Denn wenn man hier, ähm, wie heißt es, die ganze Anlage steuert, ist es manchmal auch ein bisschen, naja, langweilig sage ich jetzt nicht. Aber dann braucht man zwischendurch mal so ein bisschen Nervennahrung. Hier natürlich die Steueranlage. Da der ganze Laptop. Den fange ich jetzt mal nicht an, sonst habe ich ihn da ja irgendwann verstellt. Gibt es zwar nichts zu verstehen, aber egal. Äh, da eine Lampe. Ja, hier die Maus mit Pad. Selbst gemacht. Hier die Fernbedienung, dass man im Video nicht sieht, wenn man da schießt. Jo, hier hängen die Schlüssel. Jo. Was machst denn du? Jo, eh. Hier ist mal wieder ein Gabel rausgeflogen. Genau, denn da unten ist nämlich auch noch die Elektrikanlage. Da ist nämlich die ganze Elektrik und da hinten ist der Empfänger. Deswegen ist er hier am gucken. Genau. Jetzt mal, Mama. Hast du? Ich hoffe euch hat das Video gefallen. Bis zum nächsten Video. Ciao. Mama, du stellst dich dahin, ich halte Kamera.